Hallo Autoliebhaber und Sammler. Ich bin Max von OCC und wir nehmen euch heute mit auf eine spannende Reise durch die Welt der Autoklassiker. Wir entdecken Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und auch Premiumcars. Und wir erklären euch, warum genau für diese Fahrzeuge eine spezielle Versicherung wichtig ist und was es sich mit diesen Klassikertypen auf sich hat. Also, kommt mit! Fangen wir an mit den Oldtimern. Diese mindestens 30 Jahre alten Fahrzeuge sind Automobilgeschichte und repräsentieren bedeutsame Epochen. Fahrzeuge wie der VW Käfer, der Mercedes-Benz 300 SL oder wie hier im Video zu sehen die Heckflosse sind historisch bedeutsame Kulturschätze. Und dank des Haarkennzeichens genießen sie in Deutschland sogar steuerliche Vorteile. Und nicht nur das. Auch die Zulassungsvoraussetzungen werden ihnen deutlich erleichtert. Wenn Sie mehr über das Haargutachten wissen möchten, dann schauen Sie in dem Video hier oben. Kommen wir nun zu den Youngtimern. Den Autos, die wir in unserer Jugend oder ich zumindest in meiner Jugend immer bewundert habe. Als Youngtimer gilt ein Fahrzeug, wenn es zwischen 20 und 30 Jahren alt ist. Fahrzeuge wie der BMW E30 oder der Audi Quattro sind Fahrzeuge aus einer bedeutsamen Ära. Und dadurch, dass sie nicht ganz so teuer sind, haben sie ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und machen sie dadurch zu bedeutsamen, aber auch erschwinglichen Klassikern. Nun zu den Newtimern. Diese Fahrzeuge sind zwischen 15 und 20 Jahre alt. Wie zum Beispiel der Mercedes-Benz SLK. Diese Fahrzeuge stehen gerade erst am Anfang ihrer Reise zum Klassiker-Status. Aber dadurch, dass es eine Mischung ist aus moderner Technologie und traditionellem Charme, macht es das zu einer Investition für die Zukunft. Und zu guter Letzt kommen wir nun zu den Premium-Cars oder wie ich auch gerne sage, die Klassiker von heute. Darunter sind Fahrzeuge von Porsche, Ferrari, Lamborghini, die dank ihrer innovativen Technik und des exklusiven Designs heute schon zu Ikonen zählen. Sie sind oft exklusiv und auch Vorreiter in Sachen Technologie, was sie zu extrem begehrten Sammlerstücken macht. So, und nun habe ich dir erklärt, was es mit den verschiedenen Klassiker-Typen auf sich hat. Oldtimer, Youngtimer, Newtimer und auch Premium-Cars sind Fahrzeuge, für die eine spezialisierte Versicherung her muss. Hier müssen maßgeschneiderte Lösungen angefertigt werden, die wir von OCC bringen können. Also, wenn ihr euch Sorgen macht um euer automobiles Schätzchen, dann kommt zu OCC, wir helfen euch. Das war unser spannender Streifzug durch die Welt der Autoklassiker. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welchen Autoklassiker euer Favorit ist. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr weiteren tolle Themen über Oldtimer, Klassiker und Premium-Cars erfahren wollt. Macht es gut!